hallo liebe leute willkommen bei euren besten youtuber der welt bester ja der beste mit den guten na daniel daniel ja wir sehen uns gleich nach dem intro so leute da sind wir wieder sollte ich irgendwie hier betrunken ist alles natürlich nur gespielt glaube ich hkw wer weiß was ich vorgabe und du bist nicht so wie also wir stehen jetzt in der runde empire anscheinend verliere ich ja es war so viel korruption nein doch ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht korruption ich habe viel geld schon bekommen so noch ein verdammt brauche ich ja aber nicht auf meinen planeten sonst schicke ich meine parate ich habe ja nur die sie gerade im blick habt ihr sonst keine hier tust du nichts machen also starte ich den riesenangriff gleich auf das sind ja rebellen wie cool ganz dritten bei bot bot das weiß ich bottawee und tatooine mein gott da kann ich korruption machen gute idee ja bitte nicht bei mir weil ich sehe da ein bisschen ein paar sachen mir gefallen auf einem schönen planeten weil ich hab klein ich hab ja spionage spionage roboter schon mal davon gehört keine ahnung ich kann den ganzen planeten abschauen was du alles drauf hast nein nein bitte nicht doch bitte nicht mach das nicht mach ich nicht komm ich brauch Kohle mach schneller aber ich bin korrupt oh mein gott mandalori mandalore tatooine auch von rebellen alles abu ja bändel mandalore 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 oh mein gott hier schule und und haben so durchdut und die wirkte du musst wie heißt es Mino einnehmen, weil wenn du Kamino einnimmst, kannst du, wie heißen, ja, diese großen Echsenfiecher bauten. Okay. Die Rancors. Auf wo? Tatooine. Tatooine? Nein, nicht Tatooine, sondern Naboo. Kamino, aber wir haben hier keinen kleinen... Ja, wir haben gar keinen Kamino. Ne, das war doch auch... Ja, das war doch auf einem anderen Planet, oder nicht? Wollen wir erstmal Geld sammeln? Ich sammle gerade Geld, ich verdiene pro Tag, kriege ich so 5000 irgendwas. Ja moin, und ich muss alles hier mit Korruption verdienen, oder wie jetzt? Es ist halt, du hättest auch die Rebellen spielen können. Gleich wie bei mir. Wollen wir neu starten? Ernsthaft? Wollen wir einfach machen, wir beide spielen gegen Bots? Äh, meinst du die Schlachte? Also die Schlacht, oder? Ne, allgemein hier... Das können wir nicht ja zusammenspielen, Männer. Scheiße, da war ja was. Keine Ahnung. Ich weiß auf der... Ich schon wieder. Was denn? Ich mach nichts, ich bin ganz netter. Ganz nett? Du sagst du bist ganz... Du sagst du bist ganz nett? Waa... seit wann das? Komm, ich lass mal den Imperator hinter. Weil der Imperator soll nicht sterben. Nein, 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 schick doch den Imperator, schick den Imperator. Ne, ne, ich schick was besseres vor. Sterzerstörer. Genau das ist mein Plan, schick einfach den Imperator von dir. Nein! Den Imperator findest du nicht. Ich entfasse den Imperator. Ah, da ist der Base. Oh Gott! Ach du scheiße Torpedos! Prigate, responding on Station. Moving to attack position. Where are you? Moving towards that sector now. I'll stay safe. I'll stay safe. No! Lass meine Boba in Ruhe. Hör auf auf meine Boba zu schießen. Komm, Zerstör einfach. Einmal Traktorstrahl drauf. Warum machen wir überhaupt diese Scheiße überhaupt? Weil es Spaß war, weil du verlierst. Warum bekämpfen wir uns überhaupt? In der Zeit hätte man schon längst schon immer die Jinx trinken können, was? Nein, ich verliere schon wieder, nein, warum? Warum ist das ein Pyramid so mächtig? Wegen den Sternzerstörern. Warum kommst du mir immer so mächtig vor, wenn du da bist? Weil ich taktisch spiele. Ja, alles auf einmal oder wie jetzt? Nein, ich hätte hinten alles platziert, habe ich aber nicht. So, ich habe so, wo ich beide vorne war und du mich angegriffen hast, habe ich da plötzlich alles platziert. Rücksuch, Rücksuch, Rücksuch. Nein, hör auf, kein Rückzug, ich bin auch nicht fertig. Das war eine Peria, da ist er. Scheiße, ich hätte ja die ganze Zeit ein Aufklärungsschiff eigentlich schicken können. Ja, hättest du, das ist ja das. Ah, muss ich nächsten Mal machen. Ich habe was, ich habe Boba verloren? Ja, ist halt so. Warum habe ich Boba verloren? Ist halt so, also, ja, du tut mir wirklich... Hä, warum habe ich Boba verloren? Keine Ahnung, also du tut mir wirklich leid. Dein Maul. Also... Hä? Ich hoffe du, du, du wirst... Wie konnte ich, wie konnte ich gerade Boba verlieren? Indem ich auf dich geschossen habe. Ja, aber Boba wird... Und weißt du was, was ich jetzt mache? Ich greife Tatooine jetzt an. Ich greife Tatooine mit... Mit einem, äh... Mit einem Verderber an. Du Opfer. Ach ne, nicht so wieder der Imperator. Der ist doch ganz lieb. Nein. Mit dein scheiß Panzer, Alter. Der Imperator hat alles gestört. Ich kann ATTI platzieren, weiß. Also, ey. Ja! AT. 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 Genau, ey. Der Imperator hat alles zerstört, ey. Der ist nicht lieb. Der hat alles zerstört. Der hat alles zerstört. Er ist lieb. Jetzt könnte den Imperator alleine vorstecken und würde gewinnen. 100 pro. Wart einfach doch bei deiner Landeplattform. Warte einfach. Warte einfach. Warte einfach bei deiner Landeplattform. Und dann mag ich dich immer. Nein. Nein. Als ob der hat alle meine Panzer geguckt. Nein. Meine Panzer. Deine Panzer, Alter. Die laufen mir so schön entgegen. Ey, Alter. Ich schlitze alle deine Truppen auf. Ich schlitze jetzt auf meine Truppen. Hahahaha. Ich hab deinen Helden getötet. Das war mal alle deine Truppen aufschlitzen, glaube ich. Aber guck mal, was so schön das ist. Das brauchst wahrscheinlich nicht, gell? Was? Oder brauchst du das, was dich grad anschießt mit meinem ATläufern? Was ist das? Da ist nichts. Damit kannst du die ganze Map sehen. Da ist nichts. Herzhaft? Ich bin bei deinem Landenstützpunkt dahinten. Da ist nichts. Da richte ich damit. Ach du scheiße. Nein! Nicht schon wieder! AAUF! mein Eyeh! AAUGH! HA! HA! Das war's, die gehört bei mir. NEIN! Doch. Welche von meinen Fahrzeugen? Warum? Warum tust du das? Und ein schönes Bummern im Ohr, ich schmal da drüber schicken. Nein, komm schon, überleg doch mal, wie herrlich das Leben sein könnte, wenn das Imperium verliert. Hä? Deine Einheit zerstört nach ner Weile, wenn ich sie übernommen hab. Hey, 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 lass, lass was, ob ich dich überfragen kann damit? Nein! Nein! Warum? Nein! Die macht dich stärker. Nein! Aber warum? Wie du mit deinen Panzern vorher meinen ganzen Sturmtruppen überfahren hast. Warum? Warum tust du das aber, warum? Wo sind die letzten Einheiten von dir? Keine Ahnung. Versteckst du aber nicht. Ne, ne, mach ich nicht. Okay. Nein! 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 Das war jetzt so geil gerade, Alter. Warte, 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 lass mich kurz mal, äh, lass mir kurz, äh, lass mir kurz mal ungefähr fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten, okay, weil du dann deine schönen Tinger hast, gell? Lass mir einfach Zeit. Für, circa, was weiß ich, wie viele Minuten. Der Imperator ist aber voll nett. Warte, 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 wie wär's ne, wie wär's ne, wenn ich, wenn ich dir sage, wir treffen uns, äh, den Planeten, dann, dann verstanden? Warte, wir warten jetzt erstmal alle beide. Also, warte mal. Oh, warten, das, äh, ist grad ein bisschen unpassend. Komm, wie wär's denn, ich hab ne Idee. Komm, brauch schnell nach Bord. Wir, wir treffen uns, äh, wir treffen uns einfach auf, ja, wir, wir treffen uns einfach auf Korribahn. Äh, als Raumschlacht, verstanden? Korribahn. Korribahn, ja, Korribahn. Warte, 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 noch nicht, noch nicht. Noch nicht, warte. Okay, da hast du auch mal schöne Sachen. Komm einfach auf Korribahn. Ja, ich hab's, ich seh's auch schon. Komm einfach auf Korribahn, verstanden? Ja, ne, heut nicht. Doch, komm. Komm, du doch, komm doch noch zu mir. Wo bist du, auf welchen Toneten? Auf, äh, Flushia. Ich hab gesehen, dass du alle deine Einheiten grad über zu mir schickst. Oh, das ist so chill. Das ist so chill. Nein, 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 nein. Das ist so chill. Hast du nicht. Hast du nicht, hast du nicht. Nein, nein, nein. Ich hab zwei Sterzerstörer. Das ist ja schön, also... Das ist das Untergang, des großen galaktischen, das weiß ich. Soll ich das verlieren, dann wird die Korruption für immer aufhören. Ich hab hier selbst meine Bodeneinheiten mit dabei. Aha, da seh ich schon die Erschleinheiten. Nein, ich hab kein BORFET dabei. Nein, was hast du denn alles hier? Bitte Sachen. Bist du komplett behindert? WTF, wie viele Bombe hast du? Keine Ahnung wie viele. Ist doch einfach das, was ich am besten kann. Als ob ich nicht da habe ich jetzt gleich eine Siege mit dieser Flotte, ey. Es ist fast nur Jäger ist der Vorteil. Aber nicht sehr lange. Guck mal, deine halbe Jäger bin ich schon weg wieder. Du hast ja gesagt, wenn diese Schlacht du verlierst, dass das Konsortium aufgibt. Wie gesagt, es gibt doch die Bodentorfen, dann kommen doch die Bodentorfen und übernehmen den Raum. Scheiße, wo sind meine Schiffe? Wo sind meine Schiffe? Ja, deine Schiffe sind bald nicht mehr da. Ich komme mit einer viel größeren Armee an. Ich komme mit einer viel größeren Armee an. Ich komme mit einer viel größeren Armee an. Du hast einfach alles schon fast verloren. Ich komme mit einer viel größeren Armee an. Warte, warte, warte. Du hast alles verloren. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte kurz. Ich komme wie gesagt mit einer Gans. Gans. Warum leckt das so? Dann hole ich doch den Störer dazu, okay? Alter, warum leckt das? Hä? Er leckt einfach. Daniel? Bist du noch da? Daniel? Ja. Ja. Oh fuck. Warum leckt das so? Ja, ich bin doch da. Warum leckt das so? Keine Ahnung. Okay, ich greif dich jetzt... Kennst du den blauen Mann? Ich greif dich jetzt an! Für Flusha! Für das ganze... Wie du unbedingt dieses Planeten brauchst, Alter! Ja. Ich habe aber eine gute Armee hinter meinen Rücken. Die du nicht hast. Ich habe was gegen deine große Armee. Ich habe was gegen deine große Armee. Oh, ich habe noch einen Störzerstörer! gemacht! Warum leckt das? Ja. Warum leckt das? Warum leckt das? Ja. Bist du jetzt sitzt hier? Aber das ist ein entschiedener Armee. Right. Schau dir meine große Armee an! Ja, mach schön meine Kreuzer... Mach schön diese kleinen Kreuzer kaputt, bitte! Warte! 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 Wenn ich erschasse den Imperator zu töten, dann bin ich der beste Typ im Haus, was? Ich töte den Imperator! Vielleicht soll ich das Schiff mal auf da da rauf angreifen lassen. Das Schiff mal darauf angreifen lassen. Und das hier. Warte! Das hier! Nein! 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 Warte... Aua... ... ... ... ... ... Is'ne Superwaffe kaputt? Nein! ... ... Deine Superwaffe is' kaputt! das hat dann nichts anderes hat als diese superwaffe ja also graurig aber wahr dass meine berater getötet das musst du bereuen und dann auch drei andere offiziere aber auch hier bei zwei anderen offiziere ja zwar drauf das ist der dritte den ukrad angreifst aber der kriegt gar nichts ab ja weil er jetzt der neue imperator jetzt wer mehr ist na wir würden jetzt überhaupt bei denen jetzt der imperator werden er wird nach einer gewissen zeit wiederbelebt du hast jetzt kein führer er haben er hat es aber auch wie es das nicht vergessen da haben wir schon bewegt das seit Prozent Prozent sein Anführer Kreuzer wird Scherr stark Bommardiert Kiel die drüben sind sehr interessant aber wir schon mal zwanzig Minuten sind es hat kein Schild mehr weil dann wird die Lüsie ist heißt was ist das sagen wie ihr wie das Titel dieses Video heißt das ist zwar die Korruption stirbt aus das wird gekriegt dafür hast du gerade zwei der wichtigsten Helden verloren ich habe alle verloren du hast eigentlich alles verloren ich habe keinen Helm mehr ich war auch noch irgendwo warte ich verkauf jetzt einfach alles warte ich verkaufe gerade alles das da verkaufe ich warte hab ich da noch was traut doch was traut doch was komm schon sü 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 ich habe gar nichts hä? warum mach ich mal raus ja ich kann es schaffen ich schaffe es ich schaffe es ich werde dich besiegen ich besiege dich jetzt ich besiege dich jetzt mit einem mit drei Mann der erste ist schon auf dem Weg die zwei anderen die kommen noch ja keine sorge ja die erste ist weg los greif diese Leute an da ist Schatz unsere Bahn oh da kommen die anderen oh nein warum mach ich das einfach vollidiotisch ja weil du alle vorschickst du vollidiot ach so guck da kommt eine Bombe aber was damit aua hey hey greif die alle an egal wie lol greif die alle an die das rückzuca das ist jetzt die ganze Zeit zu laufen und zack wechseln sie ah und gewollt easy warte ich habe Sachen verloren weil sie in der Nähe standen du Wixer wie nur das war mein Plan hey warte kurz ich muss noch Sachen verkaufen Jaja, warte, ich warte auch Oh, hab ich da was gewonnen? Hä? Warum hast du hier nichts? Wo? Wo hab ich nix? Als ob du jetzt Tatooine... Als ob du... Ah, ja, ich hab verloren, what the fuck Ja, gegen die Rebellen, ja, moin Moin Ja, die Rebellen sind scheiße stark Äh, äh, was? Ähm Ja, die Rebellen haben wirklich starke Waffen Greif mich jetzt an, auf Scheiße Ich kann ja hier überhaupt nix mehr machen Bist du auf, warte mal, kann ich die Rhombas auch verkaufen? Warum willst du jetzt alles verkaufen? Keine Ahnung, ich brauch Geld für den Arm Ja, ich auch, also Kann ich auch Planeten verkaufen? Kann ich auch Planeten verkaufen? Planeten an Drittländer? Kann ich auch Planeten verkaufen? Ja, okay, das kann man Oh, scheiße, ich hätte auch ein Auto machen müssen Scheiße, das schaffe ich wieder nicht Nee, einfach abhauen Ich mach wieder Rückzug Verstanden? Okay, mach Rückzug jetzt schon, bitte Okay, Leute, ich denk mal das wird hier nix Das... Ja, die Korruption hat verloren, leider Wegen irgendein Grund Wir sehen uns im nächsten Mal beim Video Ciao